Das Land Oberösterreich hat in diesem Schuljahr das Jahr der digitalen Bildung ausgerufen. Das bedeutet, dass sich alle Schulen mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen sollten. Dazu zählen auch die 26 Berufsschulen in Oberösterreich. In den Berufsschulen bilden wir die Fachkräfte der Zukunft aus. Wir bilden für die Unternehmen aus und das heißt, dass wir die Exzellenz der Unternehmen auch in unseren Berufsschulen anbieten müssen, dass wir hier vorbereiten müssen und begleiten müssen und daher ist uns das Thema Digitalisierung auch in den Berufsschulen ein wichtiges. Auch die Lehrkräfte in den Berufsschulen werden laufend fortgebildet. Die sich stetig weiterentwickelten Berufsbilder erfordern einen praxisorientierten Unterricht. Wir sind ein Schultyp, der nicht für irgendetwas, was in zwei, drei Jahren sein wird, ausgebildet, sondern unsere Schüler kommen aus der Wirtschaft. Das heißt, wir haben die Herausforderungen permanent und müssen einfach schauen, dass wir unsere Schüler und Schülerinnen für ihr tägliches Arbeitsleben fit machen. Um die unterschiedlichen digitalen Konzepte auch im Unterricht umsetzen zu können, bedarf es der entsprechenden Ausstattung der Schulstandorte. Derzeit wird am Ausbau des WLANs in den Berufsschulen gearbeitet.